Jo Leute, damit willkommen zu das Minecraft Team mit Flash Mit WTF Mit Dominik Mit keinem Ahnung wem Hallo Mit keinem Hallo wem Das geht jedes Mal aufs Video Was für sich? Nein, ich hab das doch jetzt hier gemacht Hier, guck Ja, ja, ja So zwei, jetzt hast du zwei Ja, jetzt brauch ich noch den Hammerkopf, dafür brauch ich ein leeres Pattern Hast du das? Wolltest du durch diesen fetten Reaktor bauen? Nee, ich glaub das mach ich lieber nicht Der alles zum Obstürzen bringt Ja Alles noch Pattern? Nee, ich hol gerade Hey Kann man, dass die Zuschauer sehen, was passiert ist Als der Server lief Ein bisschen was abgebrannt Ein bisschen Ein bisschen Aber ja, er steht da neines Die kleine Meteoriten eingeschlagen Flash hat was abgebaut und mit einmal hat es dann angefangen zu brennen Ach komm Flash ist schuld Ach komm Hashtag Blame Flash Feuer, ne Fängt auch mit F an Flash fängt mit F an Ja, du Kapital, man muss dein Leben doch leben, ey Ja Immer gesteuert Hast du gelitten, ey Haben wir noch, äh Äh, sag mal schnell hier Moorstone, Moorsi-Stone Den kann man doch leicht herstellen Ja So, ein Kabel Äh, Blake, du bortest doch einen Diamanten, ne? Ich hab schon, ich hab schon So, ein Hight Vision, alles sieht an Nein, ich kann das auch Hecker Äh, ich kann die auch anders herstellen Oh, ich bräuchte echt meinen Rucksack, ey Brauchst du nicht? Doch, mein komplettes Invitat ist einfach voll Ach, laber nicht Ähm, mit Moos, ne? Da, mit der Natur-Seeds, genau Oh, fünf Gears Geht dann erstmal in die Hölle Tschüss Slack's gleich erstmal und sendt das Schmied-Schmied-Schmied-Schmiede alles komplett ab Äh Ach, das ist meine Spitze Nur weil ich Internetprobleme hatte Mh, mh Mh Aber mein Internet gar nicht wollte Genau deswegen Genau deswegen Ah, das ist immer wieder gestartet zwischen Wir waren wieder abgeworfen Den Kopf mach ich jetzt gerade aus Manulin, ne? Ja genau, mach du den mal bitte aus Manulin schonmal Nein, den musst du aus Gold machen erst vorher, damit der die passende Seite aus, ne? Hab ich schon Hab ich schon gemacht Okay Dann mach ich mir schon mal Moosbälle Hab du schon gemacht Hab ich schon gemacht? Den Stick wolltest du auch aus Manulin haben, ne? Genau Den wollte ich auch daraus haben Huffrock Ach, schick Ne, hopp Huffrock Werd nicht frech, mein Schwert ist verzaubert Meins auch So Oh mein Jetzt hab ich die ganzen Sachen nicht mehr Oh Oh Sweet, ein Baum ja siehst du hätt ich jetzt nen Bausparvertrag gehabt ne, hätt ich mein eigenes Hausbau können, hätt ich durch dein Haus gemusst ja aber nein, ich hab ja keinen Bausparvertrag Lech, wo bist du? unten im Keller komm aber hoch gib mir da ein paar Papier warum, für was brauchst du das denn? diese Papierköpfe da ach so, ja hier äh denn und denn ich muss sowieso hoch hast du sie? ja ich hab sie hm weil ich wollte eben noch diese Morsi-Korpustons machen Morsi zack 3 stück du darfst die rausnehmen ok was ist das? irgend so ein komisches Fehler hab ich grad wieder ein Silberfleisch oder so ja irgendwo hast du ihn fertig? ja du darfst ihn rausnehmen geil kann ich den nochmal hier kann ich ja gleich nochmal ändern ne ja hm soll ich den BWC Hammer nennen? ja mach mal BWC Hammer ich hab einen Knall ihr habt doch einen Oberknall ja 1 2 3 jetzt hat er noch das wir brauchen unbedingt mal ne Kiste damit wir hier irgendwie die Morsi-Koppelstach die Morsi-Balls und so entpacken können äh ja dann noch ja hier wächst schon Gras drauf ne wo drauf? in den Nether machst du ne machst du ne Kiste dahin? oh wo bist du? warte im Nether ich ich wir machen da kein Gras wir machen da mit Cilium hin alter boah wo man das ja auch abbauen kann ne ich hab mit Cilium ja ich hab ne ja ich hab ne äh zick-tack-spitze ja aber das kommt doch durch die Quarry ja kind das hat er so ist pimm 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 ppm ich stell dich ein mit Cilium hin Black nimmst du jetzt ne Kiste oder soll ich jemand hin tun? mach du ich werde mal schauen wo ich die rotz-kisten habe dass sie gehört will na egal köpfe ich meine doppel Kiste ui, ein Doppelkistenvertrag wo bist du? wo ist die? warte ich baue die? Ich muss die bauen welche Richtung? ach hier bist du so klein nur so klein immer weil das vorhin nicht ging hey du pisser ja auch ich bin ein geist so left the game ja hörst du euch überhaupt mal zu seien wie toni ist der denn da seit 5 minuten da erzunfertige waren unfertige erzunwichtige magneten ja noch an hier ist hier so ein bisschen netherrack das können wir für den recycler hat irgendwer einen plan wo das im e ding in den baum rein habe ich dir von stadt zählt in welchen baum ich hab hier kein baum mehr das ist ja der der ist für die maschinen so wie ist denn dieser komische könnte nimmst dass sie so ein raum aussehen etwas größeren aber größte sind monster schon in der hölle steht doch schon was du musst das größer machen sagt man sind da monster in der hölle aber normale dinge auch oder blaze auf jeden fall aber sonst ich brauche magma cubes also centus so viel platz braucht man für in dem e system gar nicht ich kann das hier unten irgendwo in ecke klatschen das soll doch sowieso größer werden du affe ja wir brauchen ganz großen raum damit kann man so automatische dinge machen weil ich dir das eigentlich auch schon gesagt habe dass das andere system auch noch größer wird aber aus einem michidor habe ich gleich vier stück reiß bekommen hast du das wtf? nee bist du frech werden? ich war hier gerade am gucken ich war hier nur am gucken wo im e-sitzsystem systemigen klatsch ja 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 da würde ich eh nicht hin klatschen doch ich baue das jetzt hier hin ok baue das jetzt einfach hier hinter die wand ja zunehm dann mach das ja 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 da haben viele blazes gespawnt oh ja da hat ganz viele blazes gespawnt ja hauptsache die spawnen wieder das ist die hauptsache die sind sowieso ganz alt gespawnt da war ja nicht das problem wir bräuchten unbedingt noch zwei enderchesten ne enderchesten haben wir bestimmt irgendwo enderchest meine bitte enderchist enderchist oh wir haben ein bisschen uranium innen jetzt ne ja die werde ich alle ganz schnell verbrauchen oh wir haben ein bisschen alter wie viel eisen haben wir denn bitte ja 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 überleg mal das hat alles die endercore geholt und unsere tatkräftige arbeit meine idee meine tatkräftige arbeit meine kräftige arbeit nein das war meine idee nein what the fuck alter was denn schon wieder grad einen block zerstört auf einmal kam da einfach so richtig schön viele also einer wwc raus ja genau das war so ein fetter ja nicht nur 30 inch alter der hätte sogar 40 minimum der war wie ne black mamba alter der sich umschlungen an deinem hals und dann weggezogen ja auto smelter so sollte das reichen erstmal ja jetzt keine dann ist auflappig mir ist warm roll nicht rum hier ist nur heiß das liegt an mir oh turtle kannst du wirklich ein bisschen schneller machen halt die frage das läuft gerade bei mir ja minecraft hat gesagt das läuft gerade bei mir du Affe Affe so muss was laufen hier so muss was laufen hier oh turtle komm hier turtle ja turtle ja turtle tutel tutel i like turtle doch nur das haste amulett ne das ist so fett ja wo kriege ich hier strom her wo sie steckt unten äh momentan nirgendswo magmatic dynamo hier ist ne energy cell cell ja ja kann ich mir strom herrollen wo ist sie denn weiß ich ob das kann die ist unten für den grinder wir brauchen die energie leider dafür ja deswegen ist die auch komplett voll ne und dann noch Überschuss läuft bei euch klar die Überschuss die läuft ja auch momentan nicht aber sonst brauchen wir das nein verbraucht das ding nicht ja kein gut nehmen naja das ist ehrlich gesagt für den ähm redstone wenn das nur gedacht ähm da da wir ja älter nur kristalle brauchen ja da sind aber glaub ich irgendwie 10 Stacks drin oder so und die Ärzte schmerzen müssen und die Ärzte schmerzen müssen dafür ist das ja aber kannst dir was abzapfen ja das war kein Wort verstanden aber ja dankeschön zapf dir einfach was ab ich hab kein Wort verstanden ja egal pisser man eine beleidigungen hier du musst power oder ich hab einfach irgendwie ne redstone energy cell ne energy cell und mach die irgendwie in unserem krowald alter zapf dir doch einfach ein bisschen aus was Niveau wo wer hat's gefunden wer hat's gefunden der Schweizer der Schweizer der Russe Big Iron Law 2 Millionen Cock Iron ja richtig geil das war ein schönen Weg hinbauen eiii eiii ja voll easy to craft Vielen Dank.